Wir machen jetzt eine Ex-Freund-Transition zu diesem Lied hier oben. Dafür muss ich mich noch ein bisschen hässlicher machen. Ein bisschen auf die Zähne. Ein bisschen Lipgloss aus der Nase, damit es wirklich aussehe wie Rotze. Ich hab hier Kunstblut und bekomme jetzt Hilfe von Sinans Schwester und Sinan. Ich hab nicht vergessen, zurückzuziehen. Scheiße, das war auch scheiße. Das war nicht ins Gesicht. Fuck. Scheiße. Outfit Nummer 4. Neuer Versuch. Okay, Leute, ich glaub, das war ganz gut. Ich geh mich jetzt ein bisschen frisch machen. Jetzt brauchen wir Ketchup. Ein bisschen auf die Hand. Den Ketchup platziere ich hier. Ich hab jetzt noch Polizeidicht eingestellt und wir können das Video jetzt beenden. I just killed my ex. Not the best idea. Kill this girlfriend next now. But I didn't hear.